Hallo, Genossin! Der Stau wird euch beschützen! Beschützen? Ich würde nur kurz Viktor lagern lassen. Ja, der Bro-Hunter ist mit an Bord. Kennt er ja? Immer doch. Unser Genosse. Ich spiele mal Viktor gegen Swain, um zu sehen, wie Swain sich gegen Viktor schlägt. Ich habe ihn jetzt mit Arnos Accounts hier das erste Mal... Es ist ja wieder der Silber Reich. Da spielen wir wieder eine Runde. Wisst ihr ja? So... Ähm... Okay... Ja... Mit größter Effektion! Okay, bisher ist es ganz okay. Ja, ist es ganz okay. Ich brauche halt mehr Mana. Guck dir mal Swain an, unser Leben, wenn du da drüber gucken kannst. Sieht, sieht... Sieht, äh... Schmakulago aus hier. Ah, ich brauche Mana, ey! Ach, Shit! Ah, Shibana da unten. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, lol. Guckt denn keiner von euch? Alter! Open... Fucking ice, Alter! Oh, nein, 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 nein! Naja, wird nix. Oh, lol, ey. Das ist so mies, so dumm. Report my bot, please. Ey, sorry, das war... Das war richtig... Das hat ja niemand reagiert auf nichts. Er schädigt schon die ganze Zeit am Wegrennen, am Wegrennen und... Nichts. Einfach nichts geschah. Das war so... Wirklich so ein... Selbst ich bin schon runtergekommen und hab noch gepinkt in der Zeit. Och komm, ist doch gut jetzt, alter. Äh... Ihre Körper sind schwanger. Ähm... Ich steh in Pfad. Oh, Mann, oh. Na, dann frag mal, wer noch, du. Jack's top. Ich bin der Herrste von vielen. Oh, mach ihn. Mit größter Effizienz. Ich muss mich schon wieder vorstellen, obwohl ich am's größtesten bin. Habe ich jetzt geflasht? Ist mir auch scheißegal. Ich hab nen Kill. Technische Perfektion. Schiwana top, denn? Schiwana top. Ja. Oh, lol. Komm weg. Oh, jetzt schon, spring. Ja, 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 jetzt, jetzt, jetzt. Mach ihn, mach ihn, mach ihn, bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte. Oh, sauber. Begrüßt den Fortschritt. Somit er fehlt. Ähm... Verwichten und verbessern. Ich muss auch mit dem Becken, Mana. Komm, Mana-Generation. Ergibt euch meine Pläne. Ja, Sven guckt doof in die Röhre hier ein bisschen noch. Noch. Ich möchte nicht so großkotzig reden, aber bisher sieht's tüffig aus. Mit größter Effizienz. Ich setz mal einen Mond. Und... Ja, nein, nein, nein. Schiwana mit da. Ja? 100 So ab ab bei beim kein live auf Könnte man machen, aber Äh, nein, du nicht Du nicht Bitte Luschen Ping ihn, ping ihn, ping ihn in den Arsch, werb, dass er keinen Bock mehr hat Geh weg Schreib ihm, ping ihm Oh, ja, da hat er genug Tränke, der regeneriert ja an sich nicht schlecht Ja, aber trotzdem, Schimanna pickt ihn Kann man machen, das stimmt Pass nur auf, wenn sie ihren Jungle-Item hat Weil ich weiß schon, auf welches sie geht, Attack-Speed Jungle-Layer? Ähm, Derulo heißt es Ähm, Devorah Da wandelt sich ja, ähm, mit 60 Stacks Shen hat Old Ready Nice I got Tibors, mit das Mitteln Alter, I got Balls Ja, Mitteln läuft, da, äh Da muss ich halt warten Bis ich ein bisschen Level-Up hab Äh, er fehlt Ah, er ist wieder da Brrr, Mücke Aber Aber Macht Spaß, die Ja, passt auf da unten Passt euch an Oder werden wir zerstört Sven fehlt Äh, Sven ist wieder da, aber Ich trau dem Kerl immer nicht Ganz knapp, er fehlt Aber ich kann Sven verhältnismäßig gut unter Druck setzen Wäre schön, wenn das so bleiben würde Boah Total Bullshit Ist eigentlich noch geworden, aber viel zu spät Ich hab auch, ah, hätte ich Flash Oh, 10 Sekunden Mist, wir hätten Kill gekriegt Ah, natürlich auch noch Sven Ja, Shen, was ist mit Ulti? Ach, Ulti hast nicht mehr, die ist echt schon Schade Der Ulti hat ja auf dich gemacht Oh, was, echt? Ja Spring noch, Riven Loll Alter Also Mehr Glück kann ich aber auch nicht haben Also ich hab Vertrauen in die Shen Ja, Gott sei Dank Lecker Kuchengeschmack Lecker Kuchengeschmack Mal sehen, ne, da ist der Kuchengeschmack So Äh, Sven fehlt, das ist nicht sauber Okay, du bist back Ja gut dann Ja gut dann Nur mal greif an, oder? Na, da wartet doch Sven Doch nicht Gut Gut Oh, jetzt können wir ihn in der Mitte Na, jetzt kommen sie Ja, natürlich Ach, ein Pinkwort Ja, Gott sei Dank Sehr schön Ich möchte mehr davon sehen, ja Das ist mir zu wenig Das ist das Fleisch Los, Tibbers Chasen Ja, Tibbers weiß ja nicht, was Chasen heißt Ja, Tibbers weiß ja nicht, was Chasen heißt Schieß doch, schieß doch einfach Schieß doch einfach, mach doch Schuss Du hast Mörder Ist der Brain AFK Oh, Rippen Oh, lol Ja, Tankton Tower Ist der schön Ich glaube, sie sieht dich nicht Ja, haben wir schon längst gesehen, dass es gewordet So, jetzt lassen wir noch Sven kommen, dann bin ich tot Oh, cool down Ja, kann mal sein, dass er wirklich grad cool down hatte, ja Sah jedenfalls Sehr ungeschmeidig Also, zu knapp aus Wo man sagt No, Millimeter Ja, wirklich Als ich war, ne, kam, hab ich es dann Weh Oh nein Hat die Fotze mich leider doch gekeilt Na, Shibana, tach Ich bin mal weg Lol Lol Das ist doch nicht dein Ernst, Alter Was machen die mit dem Jax? Oh, lol Die wollen schon wieder mein Herz auf die Probe stellen Ah, ne, Sven ist doch wieder da Okay Ah, ich kann mein Ulti noch gar nicht aufleveln Wieso das eigentlich nicht? Oh, da war ich zu blind War ich zu doof? Ähm Mit dem letzten Item, glaube ich Ja Ich bin jetzt am vorletzten Ja Äh, ja, am vorletzten habe ich jetzt letztes Ja, zum Zentrum gezogen werden Das ist mir kackegal Der Shen hat auch das Attack Speed Ich bin der Erste von vielen Ah, Botlin Die habe ich wahrscheinlich schon gesehen Die sind weg Äh Technische Perfektion Wenn ich jetzt mal Richtung Bot komme Hast du irgendwas ready? Tippes, hast du ready zur Not? Ja Gucken wir mal Ah, das sehen sie, ne? Ja Ah, ne, wir haben gerade mal eingepusht Ja, aber trotzdem Ah, da ist Sven Ja, das sehen sie Ja, ne, 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 ne Das war zu klar Zu offensichtlich So ist es Jetzt pushen die Botläden Scheiß drauf Ich push mal mit Ja, am Rückblick kann man Drake nehmen Sehr schön Oh, leil Die wollen die Botläden echt hart Ich geh mal hier rum Ich bin so langsam So Boah, shit Jetzt halte ich alle auf Schönen fickt So Jetzt gehen alle zusammen Zum Drake Gemeinschaftsspiel ist das ja auch, ne? Genau so ist das Wir ficken gemeinsam Na, Jax Na Na, wir ficken gemeinsam Wir tagen uns alle die Frau Alles klar So Alter, ich muss endlich mal Ludens gehen Aber jetzt hab ich ja Ah, Lucien Mit größter Effizienz Boah, Shen Na, trotzdem Der sollte, der Lucien sollte einfach weg Das ist Ja Vor allem, der hat jetzt Jetzt den vierten Kill Der ist schon fünfmal gestorben Fünfmal? Wie ist der, der das denn hängen gekriegt? Oh, Alter Diese Riven Ist richtig Ist richtig mad Ah, jetzt wollte ich Bot sein So, Swain Fick dich Oh nein, Chibana Lol Alter, das gibt's doch nicht Wenn ich dann fick Nein, da kommt wieder ein anderer Und vor allem diese Toplin Diese Riven Ich meine, wenigstens pusht ihr rein Dieses Arschgefickte Eierhund Oh, halte den Stunberg Die macht den Ah, du hast den Stunberg Die, okay Falls Jax reinspringt Halte ihn bereit Ah, ne, ne Die Hier rennen weg Ah, ja, ja, ja Komm, Alter So Jetzt machen wir mal Ludens Jetzt geh ich erstmal auf Damage Überhaupt Das ist so Lol Jetzt geh ich auch erstmal Erstmal auf Damage Also klar Mit meinem Schild Sowieso Mit meinem Ding 120 Fähigkeiten Steckung 500 Mana Mh Mh Wollen wir schon trinken, Alter Ich hab immer noch mal Übelst Hals Äh, Mücke Ähm Metall ist Perfektion Äh, ich bin da raus Ja Nicht, nicht zu greedy Das weißt ja Na, Shibana Ah Geh Ja, jetzt hast du da Und deren Jinx kommt überhaupt nicht hinterher Das ist so lol Ja, zwölf Sekunden hab ich Tibbers ready Ja Ähm, neun Oh, Jax auch noch Fünf Drei So Aua Aua Das hat Aua gemacht Ich sag dir Jax ist nicht ohne Der zimmert dir die Die, die, die Lüte Und schon wieder Nur Zvane schafft es nur mit Shibana Ich versteh das nicht Das ist so nervig Jetzt brauchen wir die Minions Und dann geben wir da unten Gas mal her Noch ein Turm Und dann ist das gut hier Zack So Und die im Turm Wir im Turm Stun Ja Sehr schön Warum gehst du nicht weg Du stehst in der Ecke Warum gehst du nicht von hinten Du bist Annie Du bist kein Melee Äh Ne, echt nur wo Was Warum Alter All die ganze Zeit Du standest erst hinter mir Hast ihn gestunt Und dann bist du vor ihm gerannt Das ist Swain Du weißt, dass es Swain ist Bei Jinx kannst du das machen Der kannst Also in den Lauf rennen Ich weiß ja wahrscheinlich Was du wolltest Aber Das war Du weißt Der hat gerade mal ein Item Ein Ein Item Starb des Side Alter Ist nicht mehr Und ich bedenke, dass ich schon Wobei, ich bürste ja auch mal langsam schon Analysiere Vorgehensweise Was du Lunds hast Ja, Lunds Gut, gut Gut Damage So ein Bluberfab auch was Woah What the fuck Ja, ne, das bin ich Yep Naja, da haben sie sich jetzt entschieden Komm, wir gehen zusammen Riven 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 Hör auf Warum Die sind zu Fünf Oder zu Vier Da unterwegs Jetzt hat sie sich entschieden Alter Alter Wie schnell schien es? 370 Ja, ich bin im Minimal schneller Ja Ich geh mal Blubuff Nur Sven ist tot, okay Ja, okay Okay, das war ein Wahnsinn Ich hab's dann ready Okay, war nun Ach, was schreib ich da gar nicht mehr Oh, na die Kröte hier Genauso dann mal Und noch Lunds holen Und dann kriegt ein bisschen Gold Aber nur ein bisschen So, Ward Item Wir brauchen Wards Ich bin noch der einzige, der das Ward Item jetzt gerade aufgelevelt hat Ich bin der erste Beim nächsten Mal Ja Machen die Baron Hm, nee Wobei Wir Jax Sie könnten Wenn sie wollten Naja, wir sind nur die Zweit Ne, 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 ne Hat hier keinen Sinn Wenn die jetzt von links und rechts kommen Schiwana wieder Ja, sind wir tot Schiwana von links Ja, wir werden instant Gebratzt Oh, Alter Da ist Gut, haben sie gesehen Oh, lol Lucian, geh doch auf Jax, Alter Swain, Swain Jetzt, jetzt, Riven, Riven, Riven Dein Ulti, dein Ulti, Riven, dein Ulti Würf doch dein scheiß Schwert Weg Lass Lass das, lass das, Swain Lass das War ein Warfare Trade 2, 2, 2 Oh, mein Gott, Swain Fokus Ach, nee, Riven Die hat einfach nur Ich weiß nicht Hat die ein Ulti geschmissen Die hat ihn gezündet Aber Die hat einfach nur Die hat einfach nur Den Ulti nach hinten Schmeißen müssen Anders hätte schon Sehr viel gewissen Weil da hinten nämlich Swain nicht mehr so hoch war Und Jinx Wenn die von den Ach, egal, was rede ich Wir wissen es ja alle Gerade Jinx Äh, Jinx Wir werden uns Ulti Wenn die nochmal rein Wir werden uns Jo, weg mit meinem Farben 396 Ich hab ein schönes Lauftempo Da übrigens Kröte, haben die die? Oder was? Sex hier irgendwo Ja Was zu erwarten, dass der wartet Der Schweinehund Wär nicht so verkehrt Mein Kuh und so Wär nicht so nah und so weiter Ja, ich push mal Mitte Ich habe TP Ja, aber trotzdem Es ist kein Teamkampf Wenn du erst mit TP reinkommst Ja, instan Jinx ist noch irgendwo top hier Da kannst du mal was du willst Der immer nur im oberen Bereich Gibt er hier rum Halt Shyvana Ich bin der Erste von vielen Ist die Gebäude da Wenn ich das wüsste Technische Perfektion Hat der Wort gemacht Okay Getroffen Alter, ich hab Braum rausgenommen Weißt du? Den Tank Nicht das Beste, aber gut Ich denke, es kam ja zu spät Der hat nur Fokus Wer hat Engages Das ist das Ding Lucian Null Death Me Ja, wie wäre Soll die denn doch alles Deffen Wirven könnt ihr mal Deffen Was hat ihr denn Items? Hextech? Mhm Wieso holt ihr sich Dein Hextech? Damit ihr ein magisches Schild kriegt Ich meine Ja gut Wie Jax gerade Mit seiner Laterne haut Okay Wenn das auch als magischer Damage So dann durchläuft Dann ist es richtig Aber Ah What Ich hoffe, die geht da nicht rüber Ey Und Hä? Ich hab noch keinem gestartet Ah, guck mal was da ist Bald ändert sich alles Ah, 10 Sekunden Tippers Loll Alter, dieser russische Akzent Na, da sind sie Jetzt knicken Chiba noch mal wieder Mittenrum Na, das wird ein harter Ergeht Was macht denn die Wirbel da unten? Wieso Drake, Alter Wir sind alle so low Was ist denn Was ist denn falsch Bei dem Die sind auch zu dritt Die haben Jinx Die schießen einfach rüber Und jetzt pullen wir ihn raus Raus damit Drake, hol ihn raus Gott Das ist So sick Ah, ich hab kein Mara Oh, ja, null Na, warte Komm, ich helfe dir Ja, danke Das ist mein erster Bluboff So Ich bräuchte Sonjas Sonja Sonja So, noch mehr Damage Magie durchdringen Guck mal, was holen die da Bin ich gerade blind? Also, Shyvana geht eigentlich Voll auf Tank-Rüstung Aber das finde ich sowieso Ist ein LOL Eh, so Selbst wenn ein Charakter Nur 50 Ist es ein Ausgewählter Tank-Charakter So wie ich sage Jetzt mal Shen Hält er mehr aus Ist es jetzt aber ein Rice Oder eine Annie Mit 50 Magie Kriegt die trotzdem mehr Schaden Da kannst du mir sagen Oder willst Das sieht Ja, das finde ich Sieht man immer Wow, wow, wow Wow, wow, wow Insta-Burst Ah, die Stufe Die Stufe 17 Kannst du knicken Wie viele Kills hat die Hat 11 Ja, nee Ach komm, Game Over Lass es Vor allem solche Leute Die haben schon Vor einer Champion-Auswahl geschieben Ah, nee, verlieren wir Verlieren wir Wo du denkst Kopf an Äh, warum? Stopp, halt Easy Easy wäre das Zu Zu gewinnen Wenn Das Annie-Movement Gefällt mir noch nicht so ganz Äh Aber ich frag mich Warum holt sie Chen eigentlich Das sind Ex-Bite Alter So war die War nicht so verkehrt Magischer Schaden Bei einem Treffer Und er greift ja oft an Was habt ihr vor, ihr Schweine? Vergrüßt Game Over Tricks Ja, es ist Anyway Euer Inhibitor wird bald wieder aufgebaut sein. Ich bin der Erste von Viertel. Alter. Und mit sowas kommt die Riven auch noch durch. So ein Glück. Ach nun, das haut mich voll schneller rein. Da hat noch irgendeiner was ready. Ja, Riven ist natürlich sau schnell. Warte, komm ich helfe dir Schwinn. Oder schaust du da allein? Passt. Mit dem größten Effizienz. Warte, komm ich helfe dir Schwinn. Da oben rennen. Metal ist Perfektion. Angel. Hier in dem Fall ja. Äh, wo der getötet? War der noch da unten? Ja, der war ein Mitleid. Wut? Wieso? Was? Oh, ist auch schön. So, mein Form ist jetzt immer noch höher als der von Swain. Selbst wenn ich jetzt die Mini-Welle von eben weg... Mini-Welle von eben wegwechne. Und trotzdem kriegt Swain... Also zwölf Kills. Naja. Wobei der Swain wäre gut gewesen, hätte mich auch outplayen können. Im Endeffekt, Counterpicks, ja, gibt es, aber... Komm mit in die Mitte, ich bin in die Mitte. Komm mit in die Mitte, komm mit in die Mitte, hier, komm. Ja. Ich bin zu spät. Ja, ja, das hat alles keinen Sinn. Die Shyvana ist übelst voll. Vor allem, die hat ein Tempo. Das... Gefällt mir eigentlich. Was hat die, äh... Verschläge hat die sich gewöhnt. Na, guck mal. Vor allem jeder zweite normale Angriff löst. Ein Phantomangriff aus, der alle Trefferekte ein zweites Mal auslöst. Das heißt, Trinity... Und das Ding... Du weißt, was das heißt, ne? Ja. Das heißt, du hast dauerhaft, äh... Als wenn du einen Glanz zauberkriegst. Als wenn du ne Sona... Da könntest du theoretisch ne Sona mitholen. Und Blövenwölf, ihr schmerzt wieder nicht. Ich bin der Erste. Ich bin der Erste. Aber weg damit. Ich bin der Erste. Ich hab ja nix eingekühlt. Den wollte ich noch haben. Ich report Riven. Boah. Kann man mal machen. Ich report Riven. Kann man mal machen. Oh ja. Dafür, dass die anfangs gegen Jax gleich zu doll reingrauben. Aber im Endeffekt, sie war noch. Wir haben hier wohl die so extrem viele. Bei mir hat sie sich auch was geholt. Ein Tripper, aber... Ach, komm, wir haben einmal gewonnen, jetzt haben wir verloren. Gucken wir mal ins nächste nochmal rein. Adieu. Tschüss.